Ist bei Ihnen auch etwas ins Wasser gefallen? Bei mir schon. Ich habe nämlich aus irgendeinem dummen Zufall heraus ein Seminar verpasst. Das war ganz schön ärgerlich. Die Unterlagen haben mich zwar alle mitgekriegt, aber die Worte und die ganze Performance des Trainers nicht. Das ist wirklich ärgerlich, weil es soll ein sehr, sehr guter Mann gewesen sein. Tja, jetzt sitze ich da mit meinen Unterlagen und komme nicht weiter, weil es sind natürlich viele Punkte in diesen Trainingsunterlagen, die erklärungsbedürftig sind. Ich brauche Unterstützung. Das wäre ganz gut, wenn man in solchen Fällen hybrides Lernen machen könnte. Man könnte zum Beispiel die Trainingsunterlagen ansehen, man könnte auf eine Aufnahme des Unterrichtes zurückgreifen und vielleicht auch auf Kommentare oder sich auch austauschen und nach Meinungen und erleuchtenden zusätzlichen Erklärungen fragen. Geht nun mal leider nicht. Reine Präsenzseminare sind naturgemäß etwas eindimensional. Hybrides Lernen würde uns da weiterhelfen. Das wäre doch eine Lösung, oder?